Wenn wir mit unseren Ressourcen weiterhin so umgehen wie bisher, benötigen wir 2050 zwei Erden, um alle Menschen ernähren zu können. 313 Kilogramm genießbare Lebensmittel werden in Deutschland pro Sekunde weggeschmissen. 2,6 Millionen Tonnen werden jährlich durch den Groß- und Einzelhandel entsorgt. 2,4 Millionen Tonnen werden jährlich an Lebensmitteln verschwendet, weil sie der Norm nicht entsprechen. Aber wir haben die Solution, Foodolution. Foodolution, das sind wir, fünf Studentinnen der Hochschule Heilbronn, die im vierten Semester internationale BWL studieren. Nach unserem Studium wollen wir unseren Traum von der Selbstständigkeit mit unserem nachhaltigen Gewissen vereinen. Unsere Idee ist es, Lebensmittel zu verkaufen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bereits kurz vor dem Ablauf oder über dem Ablaufdatum ist. Wir wollen uns dabei eher auf Trockenprodukte konzentrieren, weil es einfach vom Handling her einfacher ist als mit frischen Produkten, wie zum Beispiel Milchprodukten. Zusätzlich möchten wir auch Obst und Gemüse anbieten, was von regionalen Bauern kommt und eigentlich als Ausschussware im Müll landen würde oder lediglich für wenige Cents als Tierfutter verkauft werden würde. Das Ganze würde dann so ablaufen, dass wir die Produkte aus den regionalen Supermärkten selber abholen und in unseren Markt bringen. Und die Bauern wären sogar bereit, uns das Obst und Gemüse von ihrer Seite zu uns zu bringen. Nach einer erfolgreich bestandenen Überprüfung der Produkte können sie dann in unsere Regale und an den Kunden verkauft werden. Wir wissen natürlich, dass Lebensmittel für die meisten absolute Vertrauenssache sind und wollen deshalb unseren Kunden auch irgendwie die Gelegenheit geben, sich ein bisschen mit unseren Produkten auseinanderzusetzen, bevor sie sie kaufen und ihrem Körper zuführen. Deswegen bieten wir regelmäßig Verkostungen an, bei denen die Kunden sich dann wirklich von der Qualität überzeugen können. Und danach hoffentlich zum Kauf kommen. Wir möchten mit unserem Markt ein aktives Statement gegen die Verschwendung von Lebensmitteln setzen und für einen nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln. Und damit bieten wir auch nicht nur eine preisgünstige Alternative für einkommensschwache Haushalte, sondern wollen vor allem diejenigen ansprechen, die mit uns hinter dieser Idee von einer nachhaltigeren Ernährung stehen. Um unsere Idee in die Tat umzusetzen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Während der letzten paar Minuten, in denen Sie uns hier zugehört haben, wurden in Deutschland ganze 47.000 Kilogramm verzehrbare Lebensmittel vernichtet. Helfen Sie uns, gegen diese Verschwendung vorzugehen. Helfen Sie uns, Lebensmittel wieder wertzuschätzen. Stop wasting and start tasting. Vielen Dank. Applaus